meine lieben willkommen zurück zu mount of blade banner lord und ich sehe gerade hier ist ein turnier wir reisen ja weiter in richtung moment jetzt muss ich mal kurz ein bisschen drehen so wir wollen hier zu den kuzeis wegen den truppen 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 wir brauchen truppen so jetzt machen wir hier aber erst mal arena kam beim turnier beitreten mal gucken wir uns schlagen ich hoffe es geht erst mal gucken was es zu gewinnen gibt obwohl wir brauchen ja eh alles ohja einen neuen hellen so dann kann man noch ein bisschen geld setzen und dann sind wir erst mal im gelden team na dann los gelb gegen grün und au du wagst es meinen freund hier um zu bringen aber das hammer ich habe nur noch ganz wenig leben ihr schafft das oh gott ich schaffe das nicht wohin mit mir ja da kommt einer aha valum und der schon gefallen von alleine da helfe ich dir auch komm her du bläuling wie viel grüne haben wir denn noch zwei gelbe ne grüne wir sind noch zu dritt das kann man mal nicht so gut auf dem pferd kämpfen ok mal wieder falsche tasse mal wieder Nein, nicht meine gelben hier! Was ist denn mit dem Pferd hier los? Das gibt es doch nicht. Oh, ich drücke die falsche Taste. Halt, bleib hier! Ja, blödes Vieh. Da steht noch eins. Nein, überlebe! Ach Mensch, immer. Muss man die Männer retten hier? Das darf doch nicht wahr sein. Bin ich echt die Letzte? Aha, denkst du? Puppe! Mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Haha, der Gaul ist hinüber. Du, kommt doch mal her. Soll ich euch jetzt hinterher rennen? Das ist das blaue Team, ne? Sie sind beide gegen mich. Haha, ich habe es nicht geschafft. Aber wir sind trotzdem weiter. Ha, 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 ha! So. Oh, bumm. Voll in den Rücken! Ach, Mann, ey. Ja, so wird das sonst von uns nichts. Mensch. Blödes Vieh! Blödes Vieh! Komm runter von deinem Gaul! Wunderbar! Nächster! Na, come on! Na ja, unsere Skills sind noch nicht so hoch. Deswegen schießen wir auch mal daneben. Was können wir alles noch hochskillen? Hahaha! Gewonnen! Ah, nächste Runde. Wow, setzen. Jetzt sind wir nur zu zweit. Na gut. Wieso ist denn der so schnell? Ah! Hahaha! Sehr gut! Sag ich doch. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Ach, na klar. Das haben wir doch in der Tasche. Huh. Komm doch nicht gleich so an. Das sag ich doch. Aha! Wir haben einen neuen Helm. Wir haben einen neuen Helm. Und wir haben Ansehen gewonnen. Und Money, Money. Mensch, super. Das läuft doch. Ja, so kommt man auch an Ausrüstung. Jetzt kann man seinen Kopf wenigstens schützen. Das ist schon mal wichtig. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Jetzt müssen wir nochmal die Karte ein bisschen... Ja, da lang. Ähm. Wo gehen wir jetzt lang? Hier rüber, ne? Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Also irgendwie hab ich jetzt noch nicht wirklich Plünderer gesehen. Da sind sieben. Die kriegen mal. Hey, wo räumt ihr hin? Hammer. Ja, ja. Ich mach euch platt. Platt, platt. Jetzt muss ich mal gucken. Wo kommen denn die Herrschaften her? Ach von da. Na, mit dem Sperr muss ich echt noch üben. Na los, ihr schafft das. Ja, sag ich doch. Wir haben zwar was verloren, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das sind eh nur Bauern. Aber... Aber... Die sind leichter, ne? Besser. So. Nein. Au. Nun gut. Wir probieren's. Die sind stärker als die normalen Plünderer. Wir lassen sie kommen. Oh shit, die überrennen uns doch. Ah, das schaffen wir nicht. Den Kampf haben wir verloren. Komm, bleib doch mal stehen. Mein Pferd ist nicht so schnell. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Das kann denn nicht sein? Ich habe doch ausgeholt. Hey, 2 gegen 1 ist feiger. Mist. Komm her jetzt. Pech alleine? Oh ja. Sehr gut. Wieso sind das immer noch 2? Scheiße, ich bin gleich tot. Ein Lieb und ich bin weg. Ah, die haben keine Pfeile mehr. Boah, noch einen. Wir schaffen das. Gott, was für eine Schlacht. Los. Ja. Haha. Da, da, wir beide. Geschafft. Gegen Steppenbanditen. Ich werde verrückt. So, na dann hoffe ich mal, dass die Belohnung gut ausfällt. Uh, hallo Bogen. Echt jetzt? Das ist alles? Oh Gott. Das ist ja fürchterlich. Wir gehen uns erstmal ausruhen. Ich habe noch ein paar Dings live. Ich kann mal ein bisschen was verkaufen. Den können wir erstmal behalten, oder? Leichter. Leichter, Hane, Steppen. So gut ist der nicht. So. Müssen wir hier ein bisschen warten. Weil wir haben absolut kein live mehr. Das ist total ärgerlich. Wartet mal. So. Drucken. Wir sind aufgelevelnt. Verschwinde. So. Und hier haben wir die Fertigkeiten. Ah. So. Wir wollen ja auf Stangenwaffe gehen. Reitchen. Nehmen wir das. So. Reitkunst. TEN unfortunately. Hmm 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 Manövrierfähigkeit. Fähigkeit. Genau. So. Gott, war das eine Schlacht. Wir müssen aber echt noch ein bisschen warten hier. Also, nee, kaufen will ich ja nix. Das haben wir. Wir haben nur noch so wenig HP. Wir können ja mal gucken, ob wir bis in die Stadt da unten kommen. Wir müssen jetzt echt vorsichtig sein. 300 der Soldaten waren verwundert. Ach, die anderen sind verwundert gewesen. Die waren gar nicht tot. Juhu. Oh, da steppen wir uns 13 Stück. Oh Gott, das will ich. So. Das sind aber nicht die richtigen, oder? So, da sind die Guten. Die nehmen wir mit. Genau, die wollen wir haben. So. Wir warten hier noch. Oh, hier sind einige viele Steppenbandiden. Eieieieieieiei. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier durchkommen. Wah. Ach nee, sind ja nur Plünderer. Braucht ein definitiv ein schnelleres Pferd. Oh, ich nehme mal mit. Irgendwer steht hier verkehrt um. Muss man mal einen Bogen zulegen. Schießt. Jo, tutu, tutu. Trefft ihr auch? Ein bisschen ablenken. Hä, der wollte ich. Hä, der wollte ich. Na ja, immerhin. Oh, guck mal, da kriegen wir ein bisschen Käse. Käse ist gut. Käse behalten wir. Schrott, Schrott. So, ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt wollen wir erstmal die große Stadt. Oh, da gibt es wieder Arena-Campion. Wunderbar. So, jetzt kann man nämlich hier noch in den Tabernbezirk hier die Gefangenen verkaufen. So, jetzt gucken wir mal. Was bist du denn für einer hier? Ähm, na ja, geht so. Erstmal noch nicht. Gut. Handel. Äh, nein. Abbrechen. Moment. Ein Getreide wollte ich nicht verkaufen. So rum. Jetzt muss ich mal gucken, ob die einen Bogen haben. Steppenbogen. Kurzbogen. Ich muss Bogen mehr hoch machen. Ja, dann nehmen wir erstmal den Steppenbogen. Und Pfeiler. Wie viel Geld haben wir denn noch? Ein Stich, Null Stich. Ja, Stich sollten wir schon haben. Boah, 900. Das ist heftig. Ja, dann nehmen wir erstmal die mit rein. So, gut. Meine Lieben, war ein aufregender Kampf. Ich bin erstaunt, dass wir da echt die Steppenbanditen platt gemacht hatten. Wow, war eine Wahnsinnsleistung. Und dann schauen wir mal. Das war nichts. Beim nächsten Mal können wir Arena, Turnier. Dann machen wir beim nächsten Mal gleich Turnier weiter. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel soweit. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo. Und ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.